Musik Rottenberg, was ist noch da? Altbach ist da, okay. Entschuldigung, das habe ich jetzt nicht verstanden. Ah, okay, Kundl. Ja, also im Namen der Berger Logistik darf ich euch recht herzlich sozusagen beim Berufs-Shuttle und hier bei uns in unserer neuen Firmenzentrale begrüßen. Es freut uns natürlich immer, wenn junge Leute Interesse haben, wo ihr Berufsbild später oder die Berufsentscheidung später mal hingehen könnte. Und das ist ja auch Sinn und Zweck dieser Veranstaltung zusammen mit der Wirtschaftskammer, dass ihr ein bisschen eine Vorstellung kriegt, was ist in dem Berufsbild. Und hier speziell gehen wir heute ein auf den Speditionskaufmann oder Kauffrau ein, damit ihr da ein bisschen eine Vorstellung habt, was in diesem Berufsbild sozusagen ausgebildet wird. Damit ihr aber ein bisschen was überhaupt vom Unternehmen kennenlernen, zeigen wir euch ganz am Anfang einen kurzen Imagefilm von Berger Logistik, damit ihr da sozusagen auch ein bisschen ein Einblick in die Welt von Berger haut. 1961 ist heute ein mittelgroßer Transport- und Speditionsbegring, der von seiner Firoler Unternehmenszentrale aus weltweit die Logistikprozesse für seine Kunden steuert. Gestützt auf exzellenten Service und solide Finanzen, bietet Berger Logistik massgeschneidende logistische Dienstleistungen, überwiegend für langhafte Industriekunden der Branchen, Gewinn, Getränke und unverwertliche Nebensutel. Für viel verbindet Berger sämtliche europäischen Märkte und bietet Import- und Export-Sendungen die zahlreichen Überseepäckungen ab. Rund 50% des Jahresumsatzes von Berger Logistik stammen aus dem Überseegeschäft, während Transportleistungen auf europäischen Schienen und Straßen die anderen Umsatzhechte beisteuert. Die Geschäftsgültigkeit von Berger Logistik folgt den allgemeinen Normen von ISO 9001, den Umweltvorgaben von ISO 14001, den SQAS-Dandards des Safety and Property Assessment Systems, sowie jenen von IFS, dem International Free-Shot Standard. Außerdem besitzt Berger das ADO-Zertifikat des Authorized Economic Operators. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020